all'hombrez, mermu, gämmer vor, lehme blösspanol, ni seguto, como yesta So, herzlich willkommen zu einem neuen Video Heute habe ich ein Video Ich habe eine Mission Ja, das mögen mir manche Leute nicht glauben, dass ich in meinem Leben eine Mission habe Aber ich habe tatsächlich in meinem Leben eine Mission Ähm, so Und ich hoffe, dass mein Mikro klar geht, weil in der letzten Aufnahme war das so ein War stellenweise ein bisschen abgehackt Ähm Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich habe eine Mission Nämlich, ich habe gesehen Ähm, ich habe ja noch, bevor ich aktiv auf YouTube war Habe ich schon auf Twitch gestreamt Ähm So, schaffe ich das? Ja, schaffe ich Und du fliegst Und dann bettest du weg Dankeschön, tschüss Ähm Ja, wie dem sei Ich habe, ähm Ich streame schon etwas länger auf Twitch Und ich habe im November letzten Jahres 28 Stunden oder sowas gestreamt Ähm Und da hatte ich Schaffe ich das denn? Nein, ich recycle mein ganzes was Ähm Und im November hatte ich dann Ähm 4.996 Minuten Watchtime Auf, keine Ahnung, 28 Stunden Streamtime Lul Ein Gegner kommt in die Mitte, das heißt, ich muss mich ganz kurz ran Alter Ich gebe mich um Also, wie dem sei Ähm So, da hatte ich 4.996 Minuten Watchtime Auf, keine Ahnung Ein paar Stunden 28 glaube ich war es Streamtime Und meine Challenge ist Diesen Rekord im April zu brechen Da möchte ich Also ich habe bisher 800, äh Irgendwas Minutes Watchtime Ich glaube 860 in etwa Ähm Und mein Ziel ist es Das zu brechen Ich habe bisher 4 Stunden gestreamt im April Äh Ich hoffe, dass dieser Typ das Boeam von Leuchmütter hat Also auch in etwa meinem Boeam Ähm Waaaa Digi Ehrenmann 13er Bogen Und spammt Finde ich richtig cool Ich gehe mal über eine andere Seite zu meinem Gegner hier Ähm Das Das sieht er wahrscheinlich schon Aber Wenn der Äh Wenn du Auf dreieinhalb Meter bei dem Run gehen musst Damit Äh Damit er dich trifft Wird er dich hoffentlich nicht treffen Einfach Das ist mein Plan Ähm Ja Also Ihr könnt auch sehr gerne was dazu beitragen Ich streame Ja So gut wie jeden Tag Auf Also na Du hast das so gut wie jeden Tag Aber Äh In etwa 3-4 Tage die Woche Äh Streaming ich auf Twitch Da könnt ihr dann einfach mal ultra gerne immer mal wieder vorbeischauen Ähm Ich meine ich verlange auch nicht von euch Dass ihr so aktiv seid wie DT Digi Wieso kann er mich dadurch treffen Jetzt mal no joke Wieso kann er mich dadurch treffen Und bitte kriegst Nein Hello Mein Bett war weg Ja gut Soll mir jetzt egal sein Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich ultra über like Abo Ich würde sie freuen Und schaut mal ultra gerne auf Twitch Ich würde mir sagen so Die 5000 Minutes Watchtime Können wir dann machen Und sonst wären 4997 Minutes auch in Ordnung Bis dahin Ciao Ciao